einen wunderschönen guten tag bei shadow of the colossus ich wollte nur mal kurz etwas ruhigen einstieg ein bisschen die atmosphäre genießen so und dann geht es zum neunten colossus nachdem unser letztes ein bisschen genervt hat nervt uns der nächste bestimmt noch mehr bevor ich jetzt hier wieder falsch muss ich vielleicht hier lang hier geht es nicht ich war okay hier lang hier lang oder hier kommt bestimmt direkt jetzt hinter dem hügel ja hier oder wo nicht darunter reiten dummes pferd entschuldigung ich wollte nicht beleidigen aber manchmal hier oder wer pfeift weite den nebel rein ja hier oder dreh dich mal um jetzt da rein kann ich da hin reiten darüber rüber ja 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 da ist er doch oder nee ist er das ja ja ok wie du gehst Oha, der schießt sogar Wow, das ist nicht cool Die Frage ist, wie komme ich auf die Strophe? Ich glaube, laufen ist besser, oder? Also hier bringt mir die Snicks Hier kann ich nicht Ist wieder irgendwas unter deinen Pfoten Uiui, er reißt ja das komplette Gestrüpp raus Hm Komm ich auf dich drauf? Ah Hier mit Bogen Ja Wow Ach Gott Ja, das weiß ich Ja, wenn er sich nicht da hinstellt, bringt mir das nichts Muss ich denn da hinlocken Komm her Reite doch Oh Mann Guckt er mich nur blöd an Gleich bin ich wieder tot Ihr bleibt nicht kurz davor stehen, Alter Ja 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 Ich habe es verstanden Aber ich weiß nicht Ja, okay Ich habe es nicht genau verstanden Die Steuerung, oh Mann Jetzt Geht es jetzt Schieß Du blödes Ding Und jetzt geht es jetzt an Hä Ja Steh auf Jetzt Und da nochmal Nein Nein Oh Einfach mal hier warten So, jetzt Ja, es war ja klar, dass jetzt die andere Seite ist So Fällt es dir jetzt um Wow Wow Krass Toll, jetzt muss ich auf die andere Seite latschen Wohin 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 Es ist ja schön, dass ich jetzt auf der Unterseite bin Aber Aber Schneller Noch eins Noch eins Ja Und jetzt stellt er sich wieder hin, oder? Komm, 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 komm Halt dich fest Nein Wieso hält er sich nicht fest Nicht dein ernst Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin Jo, Kollege, alles nochmal von vorn Ich brauche ich nicht Nicht so unbedingt Ich war doch schon drauf Ja, geh drauf Ja, geh drauf Boah Immer X oder Drake vertauscht Komm doch her Er will nicht her Komm Ach, ich hatte den Doch schon Bewegt er sich nochmal Oder gar nicht mehr Halt an Halt an Halt an Das ist doch nicht dein Ernst Hier sollst du hin Hier Hier zum Geysir Mist Ja, komm Noch ein Schritt Noch ein Stück Noch ein Schritt Noch ein Schritt Oh Kommst du noch ein Stück Kommst du noch ein Stück Das Schießen Komm, geh doch nochmal ein Stück vor Ja Hier hin Hier hin Hier hin Hier hin Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Ich verstehe Ich verstehe es nicht Wie ich hin Da hinlocke Jetzt Aber vollkommen Zufällig Das bringt doch jetzt Nix Doch Hä Was ist denn jetzt Hä Hä Okay Fällt automatisch um Jetzt Okay Komm Junge Lauf Lauf Los Schnell Kletter hoch Kletter doch Also manchmal Will er einfach nicht Oh Komm Kletter hoch Noch ein Stück Dann da zur Seite Geh doch hoch Er will nicht hoch gehen Er will es nicht machen Er will es nicht machen Und fällt wieder runter Er hält sich nicht fest Oh mein Gott Alter bist du nervig Komm hier hin Hier hin Alter Ja oder da hin Boah ey Ja lauf da hin Genau das ist richtig Ja mach weiter Bleib nicht wieder davor stehen Wie lockt man ihn da hin Ja fast tot Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Oh mein Gott Ja Oh mein Gott Komm jetzt. Komm. Hier sollst du hin, Mann. Die Kamera macht auch was zu wählen. Was machst du? Nein, Tüter, doch. Ja, also, Steuerung. Komm doch hierher. Geh doch mal ein Stück nach vorne, Junge. Du machst ja gar nichts. Oh Gott, es kann sich noch um Stunden handeln. Oh Gott, es kann sich noch um Stunden handeln. Es wird nichts mehr heute, oder? Du kannst dich nicht mal 10 Meter noch da bewegen. Hierhin. 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 Hier drüber laufen. Noch nach vorne laufen. Nach vorne laufen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja toll, jetzt dreht er sich rum. Das wollen wir ja nicht. Hierhin 10 Meter, Mann. Ja. Nein. Boah, es ist nervig. Warum gehst du nicht nach vorne? Es muss so'n Trick geben. Es muss so'n Trick geben. Ja, hier. Guck mal. Jetzt bist du... Das ist nicht dein Ernst. Steh auf. Hier bin ich. Ey, er dreht sich extra nicht dahin, oder? Ist er nicht... Fuckin' Ernst. Hallo. Jetzt... Fall um. Da muss ich ja noch hochklettern. Noch. Ey, es ist wirklich ein Zentimeter. Klappt das jetzt, oder was? Es klappt nicht. Es... Es schmeißt sie nicht um. Fall doch um. Ach, komm. Ach, komm. Komm jetzt. Und? 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 Achso, er dreht sich ja. Das wird jetzt wieder ein Gefummel. Ja komm Junge, weiter geht's, weiter geht's. Geh doch noch nach oben. Oh, wie langsame ist. Geht's noch langsamer. Nein. Oh, ich bin drauf. Bitte nicht wieder... Oh nein. Nein. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's, ich werd verrückt. Oh Gott. Oh Gott. Ich raste aus. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich ihn jetzt dahin locke. Ich hab gar keinen Plan. Jo, hier bin ich. Und hier soll's so hin. Ah. Ey, töte mich bitte. Machen wir nochmal von vorne, ja. Jetzt steht er da wieder wie die Angewurzel. Ja, dankeschön. Nochmal von vorne, vielleicht klappt's dann. Schon ne halbe Stunde verschwendet. Wir hatten ja eh nichts erreicht. Ich versteh auch nicht, was ich machen muss. Einfach warten, bis er kommt. Ich bin gleich wieder tot. Ach. Ah! Ah! Keine Ahnung, der läuft wahllos irgendwo hin. Hier drauf. Oh Gott, ich muss ihn dann wieder anschießen. So schön ist in der Riesen-Arena. In der Riesen-Arena. Nur 3 von diesen Dingern sind, die er reinlaufen müssen. Jetzt komm! Komm! Ah, ich ist tot. Naja, fast. Naja, fast. Mhm. Naja. Das ist direkt davor. Komm doch noch ein Stück hierher. Das hab ich auch mitgekriegt. Aber er dreht sich in die falsche Richtung. Wo geht der denn hin? Naja. Völlig falsch. Och Mann. Kannst du mir mal deine wahllosen Bewegung sagen? Hallo? Ja, wo geht der hin? Tschüss. Ja, wo geht der hin? Tschüss. Entschuldigen? Ja. Ja, wo geht der hin? Tja, was soll ich ganz gut sich? Ja. Ja. Ä O, ich stehe. Muske mich nicht. Ja, wo geht der hin? Ja, wohin. Wo ist er denn jetzt? Hierhin drehen, Alter. Hierhin. Und nicht davor stehen bleiben. Och Mann, ey. Bleib doch nicht davor stehen jedes Mal. Ja, ist okay. Ja. Komm. Der ist super nervig. Nervig. Der steht immer noch davor. Es ist nicht dein Ernst. Bringt das dir jetzt was? Ne, es bringt gar nichts. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein. Oh Mann. Okay. Noch ein Versuchen, dann ist... Game over. Oh mein Gott. Geht rauch. Oh Mann. Jetzt bin ich echt auch aggro. So wie das Pferd. Und jetzt bin ich ja bitte... Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Jetzt bin ich echt... Richtung. Ja, so. Spiegel verkehrt. Quasi. Machen wir das hier mal richtig. Hoffentlich. Aber wenn er nicht stehen bleiben würde. Wie er es jedes Mal tut. Jetzt rede ich um. Hier hin. Und Schuss mit dem Geysir. Los. Los. Schieß. Schieß. Los. Ey. Ja. Na, es dauert wieder viel zu lang. Warum trifft er nicht? So. Jetzt muss ich auf die Seite. Oh Mann. Ja, was macht er? Geh doch hoch. Oh Mann. Oh Mann. Und vielleicht heute noch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So. Jetzt falle ich wieder runter. Ich weiß nicht, wo ich hier... Keine Ahnung, was jetzt los ist. Okay. Oh, ich kann jetzt hier rumlaufen. Oh Gott. Nicht wieder runterfallen, Alter. Oh Gott. Beweg dich nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Erste. Oh Gott. Geht's nochmal? Oh Gott. Einfach nur da hin, oder? Es reicht auch. Der Rest war nervig genug. Nervig genug. Manchmal höre ich das hier ganz komisch auf dem Mikrofon. Komm noch einmal. Halt ruhig. Stich jetzt zu. Oh. Gott sei denn. Tschüss. Boah. Oh. Das war der achte. Der achte. Da kann man gucken oder war es der neunte? Ne ich glaube der achte. Der achte müsste es gewesen sein. Schau wir mal. Achso jetzt kommt er erstmal noch. Wer mein nächster Gegner ist. Obwohl es ja eigentlich keine Gegner sind. Die tun mehr nix. Also. Solange ich es in Holas. Isolated Centro. Das ist der Typ den ich meine. Ja der da. Gucke ich gerade mal der wieviel das war. Ich glaube der achte war es jetzt. Oder ich habe es nämlich schon vor lauter Frust vergessen. Wir haben hier. Eins. Zwei. Vier. Abgeräumt. Und hier auch. Ne. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Also war das der neunte. Fünf. Plus vier sind. Ja. Fehlt noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. What. Ja. Wie auch immer. Ne. Da sind es auch vier. Ja. Also acht. Herber sind doch. Na ja. Auf jeden Fall dann. Beim nächsten Mal. der nächste koloss. Peace out. Perfond. Untertitelung des ZDF, 2020